Hallo meine Freunde und Freundinnen der Anonymen Unterhaltung und herzlich Willkommen zu einem Analyse-Video vom neuesten Trailer. Das letzte Mal kam das ja ganz gut bei euch an und ich dachte, ich mache das dieses Mal einfach wieder. Das heißt, ich habe das eigentlich schon getan und zwar gestern am Ende des Streams. Das heißt, wenn ihr das gesehen habt, vieles davon werde ich jetzt einfach nochmal erwähnen, um meine Gedanken hier mit weiteren, anderen menschlichen Lebewesen zu teilen. Was wollte ich noch sagen? Ja, stimmt. Gameboy Advance und Gameboy Color wurden gestern angekündigt. Falls ihr vorhabt, Link's Awakening Deluxe oder Minish Cap zu spielen, hier ein kleiner gut gemeinter Hinweis an euch. Falls ihr 100% holen wollt in eurem ersten Playthrough, die kann man verpassen in den beiden Spielen. Informiert euch da vorher drüber. So, jetzt aber zu dem, was wir hier eigentlich tun wollen, nämlich dem neuen Tears of the Kingdom Trailer. Und ja, ich habe hier wieder mein Schnittprogramm und dann gehen wir da mal durch. Ah ja, PEGI 12, wir schauen die deutsche Version dieses Trailer an. Ja, und da hätten wir halt direkt erstmal in den ersten Shot. Ich würde gerne das Frame nehmen, wo man auch was sieht von der Gegend. Naja, gut. So viel mehr sieht man hier jetzt auch nicht. Achso, das war die vorherige Kamera-Einstellung. Ja gut, wir können hier einen Todesberg erkennen, einen fetten Blitzlull und eine Spirale. Merkt euch die Spirale, da ist mir nämlich noch was aufgefallen mit der. Merkt euch vor allem, dass daneben dieser, dieser rote Fleck ist eigentlich. Ich kann ja schon mal. Ähm, hier. Moment. Vor ich es dann am Ende vergesse, erwähne ich es lieber gleich. Irgendwo hat man diese Stelle nämlich nochmal gesehen. Und die Spirale war weg. Äh, ich hab's gleich. Ah ja, genau, hier. Das ist dieser rote Fleck. Denke ich. Das hier ist, wo die Spirale, glaube ich, rauskam. Aber da ist sie nicht mehr. Kann sein, dass ich mich täusche. Zumindest könnte es. Ja, wir haben hier auch so einen Felsbrocken. Zugegeben, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welchen Teil der Ebene von Highway wir hier gucken. Aber ja. Übrigens Spiralen, ne? Gibt's mehrere. Hier sind auch welche. Und man hat die schon im letzten Trailer gesehen, wenn auch sehr versteckt. Das hier ist, ähm, der Übungsplatz, dieser, glaube ich, auf Deutsch. Mit Drachen. Oder zumindest neuen Fluggegnern. Fluggegner sind jetzt nichts Neues in Zelda. Gerade in Twilight Princess erinnere ich mich an diese Adler, die da, oder diese komischen Krähen, die einem auf die Ebene von Hyrule auf die Nerven gingen. Aber vor allem an Drachen. Einen gewissen Drachen. In Kumuda. Ja. Diese Türme scheinen die Schika-Türme zu ersetzen. Stehen aber nicht an der gleichen Stelle. Hier sehen wir drei davon. Außerdem sehen wir diese Zeichnung am Boden. Die man später dann noch aus der Nähe sieht. Und sie leuchtet nachts. Was ziemlich sick ausschaut. Und auch diese Türme. Aber es sind definitiv keine Schika-Türme. Oh, oh, oh. Seht ihr das? Das ist ein großer Wirbelsturm. Ich dachte eigentlich... Warte, schauen wir hier auf den Todesberg? Oder auf Hebra? Weil man hat in einem... Man hat in einem Artwork zu Sears of the Kingdom, was nach dem letzten Trailer veröffentlicht wurde, einen großen Wirbelsturm über Hebra gesehen. Das war so im Nordwesten von Schloss Hyrule irgendwo. Man weiß nicht genau wo. Ich werde das eventuell hier einblenden. Ja, da war ein Wirbelsturm. Den sieht man hier für ein paar Bilder. Gut, wir haben hier eine fliegende Insel mit... Jetzt ist da die Leiste. Aber darunter, das sah nach einer Kiste aus, die da steht. Auf der Plattform. Und die Gegend hier... Ich denke, es ist Tabanta. Gut, das muss keine Kiste sein. Aber es könnte das Leuchten von so einer Schatztruhe sein. Ups. Das sah nach... Gut, dann haben wir wieder so ein Ding. Aber das hier sieht nach... Tabanta aus. Diese... Was ist das Hyrule-Gebirge? Ganz im Westen der Karte. Hier irgendwo waren Schreien unter der Erde. Wenn das die Gegend ist, wo ich denke. Dieser Shot hier verwirrt mich immer noch. Es könnte halt Nacht sein. Es könnte aber auch unter Tage sein. Weil... Ich meine, es wachsen Bäume hier. Da im Hintergrund. Das würde eigentlich dafür sprechen, dass es... Draußen ist. Aber ich kann die Gegend keinem Teil von Hyrule zuordnen. Es ist definitiv nicht einfach Tabanta. Auch wenn wir hier so komische Pilze sehen. So große. Das muss eigentlich... Unterirdisch sein. Und wenn das wirklich unterirdisch ist, dann sähe das schon... Also... Ziemlich krass aus. Es erinnert mich ein bisschen an... Das Caves & Cliffs Update in Minecraft. Nur, dass man selbst da nicht unterirdisch Bäume hatte auf einmal. Und ja, was sehen wir hier? Ein paar Exalfors. Ein Bockblen. Der Minenarbeit verrichtet. Okay, kann man machen. Finde ich schön, dass sie scheinbar ein... ...größeres Eigenleben jetzt haben. Interessant finde ich diese... ...diese Flammen bewegen sich? Ja. Sieht aus ein bisschen wie so Seelen. In Twilight Princess gab's doch... ...so Flammen, die Geister dargestellt haben. ...meine ich... ...meine ich... ...generell. Warte. Als wir Darunia und so gesehen haben, die... ...die toten Recken in... ...Breath of the Wild. Die waren auch immer von so kleinen Flämmchen umgeben. Hm. Und nebendran dieses... ...dieses Rote... ...diese Rote... ...ist ja nicht mal mehr wirklich Schleim jetzt. Das ist schon Kristallzeug. Gibt mir so ein bisschen... ...vielleicht denke ich zu viel an Minecraft, aber es gibt mir so ein bisschen Schalker-Vibes. Äh, nicht Schalker. Skulk. Dieser Baum hier... ...ist das ein Weg, wie man runterkommt? Der sieht ein bisschen hohl aus. Oder ist das ein leuchtender... ...Brocken in dem... ...in dem Stamm? Sehr magisch. Sehr magisch. Erhebt euch, meine Untertanen. Ja, diese Stimme. Entweder ist es Gernandorf, der zu uns spricht. Würde Sinn ergeben von dem, was er sagt. Aber von dem, wie er sich anhört, hört er sich halt an wie der König von Hyrule. Also entweder haben sie den gleichen Voice-Actor genommen. Den gleichen Synchronsprecher, was ein bisschen... ...schade wäre. Oder aber... Und das ist meine Theorie, ist jetzt aber halt wirklich nur eine Theorie. Die haben... Äh, nicht die haben, dass der König besessen ist von Gernandorf und... ...irgendwie so... Aber der König ist eigentlich tot. Ist er dann... Ist es vielleicht so ein Zombie-König, der auferstanden ist? Weil... Hört mal hin, das ist doch eigentlich die Stimme vom König. Hört sich zumindest so an. Aber er redet... Also der Text würde zu Gernandorf passen. ...meine Untertanen. Und befreit... Ziemlich heftige Worte für einen Zelda. Ich wüsste nicht, ob ich... Ich wüsste von keinem anderen Zelda, wo irgendwer wirklich die Aufforderung gemacht hat, alles und jeden zu töten. Das ist schon... Äh... Starke Worte. Gut, was sehen wir hier? Äh, die Heliabrücke. Offensichtlich mit einem dreiköpfigen Drachen. Aus irgendeinem Grund. Ich denke mal, man kommt hier nicht drüber, bevor man den besiegt hat. Ja, man kann doch einfach außen rumlaufen. Hm. Das ist insofern interessant, weil hier geht's nach Firone. Und Firone ist die Gegend, wo wir von den Sonau gehört haben. Also Sonai. Auf Englisch dann. Würde Sinn ergeben, wenn da irgendwas Besonderes ist. Denn man vermutet ja immer noch, dass die Sonau in Tears of the Kingdom eine größere Bedeutung spielen werden. Und dass man diese Gegend dann abblockt, wo sie scheinbar ihren Ursprung irgendwie haben. Gäbe Sinn? Aber ich frag mich immer noch, man kann doch außen rumlaufen. Also, hm. Vielleicht soll's auch einfach nur ein cooler Encounter sein. Ich weiß ja nicht. Hier haben wir das große Plateau, welches ziemlich on fire ausschaut. Nee, Blödsinn. Das sind die Flammen, die Schloss Hyrule hochheben, wahrscheinlich im Hintergrund. Und das große Plateau ist davor. Nehmen wir wieder so eine Spirale. Gut, Death Mountain ist immer noch on fire. Also, ich weiß, das ist kein Feuer. Das ist irgendwie so Calamity-Zeug. Hier sehen wir Hateno relativ unverändert im Vergleich zu Breath of the Wild. Mit einer großen Ausnahme. Und zwar dieser Spirale. Das ist aber nicht, wo links Haus steht, oder? Links Haus müsste weiter hinten sein. Ich frag mich wirklich, was mit denen auf sich hat. Meine Theorie ist, dass man da irgendwie reinspringt und dann, hui, geht's nach oben. Weil sie so häufig auch platziert sind. Also, das würde irgendwie Sinn ergeben. Aber, du, wissen tue ich das nicht, ne? Moment, da hab ich noch... Da schimmert was. Okay, das ist einfach ein Gewitter. Außerdem hier hinten, das Rote ist mir aufgefallen. Dieses Loch im Boden. Werden wir, glaube ich, auch später nochmal sehen. Wir haben einen Blutmond. Und der scheint in diesem Spiel, wie wir gerade schon gesehen haben, irgendwie wütend zu sein. Er ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass Ganons Macht stärker wird. Er greift auch aktiv an. Er gibt Sinn. Wir gehen ja in die Höhe mit dem Spiel. Er gibt Sinn, dass dann der Mond auch irgendwo eine Rolle spielt. Ich frag mich, ich denk nicht, dass es passieren wird. Aber ich frag mich so ein bisschen, ob sie all in Super Mario Odyssey gehen werden. Dass wir dann am Ende auch auf dem Mond sind. Ich mein, wäre ein episches Finale. Gegen Ganondorf auf dem Mond zu kämpfen oder so. Und der Mond ist dann irgendwie voll mit seinem Schlamm. Und ist eine super feindliche Umgebung oder so. Dass man da so einen kleinen geschlossenen Bereich auf dem Mond... Also, für die Zelda-Serie wär's neu. Aber ich... Irgendwie gefühlt wär's ein bisschen zu sehr abgekupfert von Mario Odyssey. Ja, und... Der Blutmond greift an. Hat man am Boden grad... ...was Interessantes gesehen? Wo sind wir hier? Ah, das sieht... Das könnte bei den Soras sein. Ne, warte. Das ist Gerudo-Gegend. Wir sind auf einem großen Plateau. Dann. Hier ist wieder so eine Spirale. Wie gesagt, so häufig wie die sind, vielleicht ist das so ein Punkt, wo man zwischen Boden- und Luftwelt wechseln kann. Auch wenn's keine abgeschlossene Luftwelt geben wird. Das ist mir schon bewusst, aber... Also, das wird nicht eine extra Welt sein, wo man wirklich zwischen wechselt. Wie ein Skyward Sword zum Beispiel, sondern... Aber halt, wo man einfach nur Höhe gewinnen kann. Sagen wir's so. Ähm, was zum Gleiche hab ich da gesehen? Gut, Schloss Hyrule ist kaputt. Aber was ist das? Todesberg? Hm. Das ist das große Plateau, definitiv. Hier sehen wir so eine leuchtende Zeichnung wieder. Du bist einfach nur ein Partikel, oder? Ja. Ja, gut. Das ist erstmal jetzt so nicht interessant. Gegner... Dass die Gegner Variationen haben übrigens, ist mir aufgefallen. Ich hielt das nur nicht für nennenswert, weil man das schon lange gesehen hat. Und die Modifikationen scheinen viel zahlreich zu sein. Und ja... Man sieht's ja auch hier... Wobei... Das ist nicht einfach eine Modifikation. Du bist ein neuer Gegner. Oder einfach ein richtig fetter Bockblinn. I don't know. Vielleicht bist du ein Gorija. Gorija war ein Gegnertyp in... Zelda 1 und vielleicht Zelda 2. Das weiß ich grad nicht. Auf jeden Fall etwas, was es schon lange nicht mehr gab in der Zelda-Serie. By the way, apropos Zelda 1. In Zelda 1... Ursprünglich von Zelda 1 war die Idee, dass es in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig spielt. Und irgendwie hab ich den Eindruck, sie wollen das mit Tears of the Kingdom jetzt dann endlich mal umsetzen. So nach... Keine Ahnung... 36 Jahren. Die Sache ist, wir haben hier diese Gegner, die noch verroter ausschauen und noch brutaler als... Im ersten Teil. Und gleichzeitig sehen wir später noch diese uralte Technologie und wir können fliegen und wir haben fliegende Inseln und alles. Also, diese Idee, den Theme Vergangenheit mit der Theme Zukunft zu vermischen, die ist da. Und was mir so grad kommt, was bist du eigentlich? Bist du ein Stahlfoss? Das sieht... Dieser vertikale Mund ist interessant. Was ist in aller Welt? Was sehe ich da? Ja, hier haben wir wieder einen Sturm. Schloss Hyrule wird ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht. Und Link reitet durch die Gegend. Die Stelle hier... Ich denke, das ist die Steppe südlich vom großen Plateau. Wo irgendeine Horde ankommt. Eventuell sehen wir die Horde sogar gleich noch. Ähm... Das hier ist... Ich war erst verwirrt, weil auf einmal Arme aufs den Boden kommen. Mir ist vorhin die Idee gekommen, dass das hier ein Wächter sein könnte. Die Unterseite von einem Wächter. Die sahen nicht ganz so aus. Aber... Vielleicht klebt auch hier drunter ein Wächter oder sowas. Und das ist einfach nur drüber gelegt worden, diese Scheibe. Ja. Hier sehen wir ein Schieker-Auge. Ähm... Könnte sein, dass wir in einem Haus von einem Schieker sind. Aber keines, das wir kennen. Ja, hier ist die Horde, von der ich vorhin gesprochen habe. Denn das ist ziemlich sicher. Mache ich an der Hand der Bäume fest. Die gleiche Gegend. Diese gleiche Steppe, Savanne, wie auch immer. Hier haben wir wieder diesen neuen, dicken Bockblen. Sehr wildes Geweih, was ihr hier habt. Hier haben wir einen Hinox. Unterirdisch, scheinbar. Erinnert mich so ein bisschen an die Tunnel aus Spirit Tracks, wo man mit dem Zug durchgefahren ist. Und dann kam so eine Spinne von hinten angekrabbelt. Diese Perle. Man musste Hinoxe in Breath of the Wild besiegen teilweise. Ich erinnere mich gerade an den auf Eventide Island. Ähm... Koholand Island. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Und der hatte so eine Murmel um. Scheint der hier auch zu haben. Aber in grün. Bis auf die fliegenden Inseln und den Gamecube da oben sieht das hier normal aus. Tabanta war schon immer zerrissen so. Äh... Hier haben wir diese Muster, von denen ich die ganze Zeit rede, die auf dem Boden gemalt sind. Ähm... Bist du ein Bär? Oder bist du ein großes Mammut? Das sieht aus wie Beine. Und eine Rüssel. Aber kann auch sein, dass ich da Gespenste sehe. Ja... Auf jeden Fall ziemlich episch, diese Screenshot, wenn er nicht so verpixelt wäre. Was mir hier aufgefallen ist, sind die Dolbran Ruinen, die den schwarzen Nebel nicht mehr haben. Aus irgendeinem Grund ist der weg. Und auch wild finde ich, dass man sieht, wie ein Bockblend von so einem anderen Gegner getragen wird. Wir haben ja in Breath of the Wild gesehen, dass Moblins Bockblends auf dich werfen können, wenn sie wütend sind. Und scheinbar machen sie weiter in Tears of the Kingdom damit, dass sich Gegner... Dass Gegner miteinander interagieren. Ist das hier wirklich die Dolbran Ruine? Es sieht so aus, aber... Hm... Ich überlege, weil man hat in einem Trailer auch gesehen, dass der Deko-Baum weg ist. Also straight up weg. Er scheint nicht mehr da zu sein. Vielleicht liegt es daran, wie die... Wie Tears of the Kingdom weiter entfernte Objekte jetzt handhabt. Aber... Zumindest waren nicht mehr geladen. Ja, äh... Dieser Moblin hat einen Helm. Wie gesagt, Gegner haben irgendwie neue Variationen und Ausrüstungsgegenstände. Die... Auch hier wieder... Das sieht nicht so schön angefertigt aus und nicht so fein ausgearbeitet wie die... Also jetzt in-game-technisch fein ausgearbeitet wie die... Äh... Waffen aus dem letzten Teil. Also es scheint wirklich primitiver zu sein. Und gleichzeitig haben wir riesige Roboter. Auch der gibt mir so ein bisschen Mario Odyssey-Vibes übrigens an... Bowsers Schloss da, dieser eine Bosskampf. Ja, aber sieht sehr cool aus. Könnte ein Boss sein von einem Dungeon. Könnte auch ein normaler Evarok-ähnlicher Gegner sein, so auf der Stufe. Ist auf jeden Fall im Himmel auf einer flinken Insel. Wo wir bisher vieles von dem futuristischen Zeug gesehen haben, während... Wir auf und unter der Erde eher so die verrohten Gegner gesehen haben. Und die haben wir Gannondorf, der... Eine sicke Pose innehält. Link, er ist so mächtig. That's what she said. Entschuldigung. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Und hier haben wir wieder die Gamecube. Ganz ehrlich, mich würde nicht mal wundern, wenn das... Wenn man da hinkommt und steht da tatsächlich Gamecube-Insel oder so. Wir hatten in Phantom Hourglass eine DS-Insel. Also warum soll das keine Gamecube-Insel sein? Außerdem haben wir hier einen Turm, der hier oben mehr im Nebel ist. Wahrscheinlich ist das gar nicht der gleiche Turm, aber es sieht von hier aus so aus. Und hier haben wir eine Straße, die irgendwo... Da könnte es auch noch weiter nach oben gehen. Das sieht man nicht so richtig. Aber so eine Inselkette in der Luft. Das hier sieht gefühlt aus wie das, wo wir runtergesprungen sind im letzten Trailer. Da haben wir wieder einen Turm. Das ist der Todesberg. Apropos Turm, wo stehen wir hier? Auf einer fliegenden Insel oder auf einem anderen Turm? Sehen die Türme von oben so aus? Gut, was hat man da gerade gesehen? Ja gut, fliegende Insel einfach nur. Jetzt nicht weiter interessant, denke ich. Da haben wir das Loch. Das habe ich vorhin schon mal irgendwo erwähnt. Ja, wir sind hier bei den Zwillingsbergen. Auch wenn ich die gerade nirgends sehen kann. Warte mal, das hier ist... Hier geht es nach Athenu. Das sind diese Überhänge. Da müssen die Zwillingsberge irgendwo da drüben sein. Ja, was ich hier bemerkt habe ist... Seht, wie blau das Bild ist und wie es schlagartig bunt wird. Ich denke, das ist so... So vertuschen sie irgendwie einen Übergang zwischen Level of Details. Von dem Modell, das die Welt hier unten hat. Also... Ich denke mal, das hier ist irgendwie so... Das könnte sogar nur ein Bild sein oder so, was sie drüber gelegt haben. Und hier wird dann die tatsächliche Gegend langsam reingeladen. Was ich... Es ist nur eine Vermutung, aber... Ich kann nicht mir vorstellen, dass das technisch so umgesetzt ist. Gut, was haben wir hier? Ein Vogel. Das stimmt, wir hatten im letzten Trailer schon diesen einen Vogel gesehen. Davon haben wir jetzt im Endeffekt nur mehr gesehen. Hier hat nämlich dieser Fels gewundert. Wir sind hier... Nördlich der Zwillingsberge und müssten wir hier gerade rumlaufen. Da ist das große Plateau. Hier haben wir wieder so einen Turm, der aber ehrlich gesagt ein bisschen anders ausschaut, als die, die wir bisher gesehen haben. Da haben wir Satori-Berg, Gerudo-Hoch-Ebene. Dieser Aussichtspunkt, der war schon in Breath of the Wild. Aber ich... Und hier war irgendwo der Turm... Der Zwillingsberge hieß er, glaube ich. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass hier so ein Felsen, so ein monolithischer war. Was mir hier nicht aufgefallen ist, beim Gucken, ist, dass dieser Pfeil Aim-Bot hat. Halt. Was ist das? Roter Panzerpfeil? Tschuck. Wird aber angenehm sein, das weiß ich jetzt schon. So, außerdem haben wir hier einen fliegenden Würfel und sehen den hier gleich nochmal. Hat man hier nicht irgendwo auch... Nee, nee, nevermind, ich verwechsel was. Ich dachte, man hätte hier den großen Sturm nochmal gesehen irgendwo. Gut, die Gegnerlager könnten neu sein. Sind das so fünf Krogblumen? Nee, ne? Ja, ich glaube nicht. Hier haben wir eine Lornenstrecke auf dem Todesberg, okay. Interessant, dass man die mit dem Schild fahren kann. Hier sind Lornen, man kann sie wohl auch da mitfahren dann. Erinnert mich ein bisschen an das Lornen-Mini-Spiel aus Skyward Sword. Was das hier ist... Keine Ahnung. Erz, vielleicht. Gut, Gyromodul. Das sieht aus wie das, was wir in den Schreinen in Breath of the Wild schon hatten. Nur jetzt in der fliegenden Insel. Diese Waffe hier finde ich sehr interessant. Ich frage mich, ob das eine Waffe ist, die man findet und dann zerbricht sie irgendwann. Oder ob man die Waffen behält und man braucht dann Mana oder sowas in der Richtung, um sie zu benutzen. Weil sie leuchtet so grün. Und generell, diese Evarok, gut, den kennen wir mit Leuchtstein. Hier im Hintergrund haben wir ein neues Leuchtsteinerz. So hat man das noch nicht gesehen. Und das leuchtet auch so. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Übrigens in dem einen Trailer, wo Link diesen Drachen, der Feuer gespalt hatte, am Arm hatte. Mir ist ewig nicht aufgefallen, dass das ein Schild ist. Ja, diese Figur hier. Ich denke, es ist dieses mysteriöse Wesen, was wir in den Steintafeln im letzten Trailer gesehen haben. Ich sehe hier auch gerade wieder diese komischen Komma-Tränen. Also ich denke, es sind Tränen, die halt auch schon wie so ein Komma. Und ja, das wird sie sein, diese Person. Sie zeigen natürlich das Gesicht nicht. Aber er oder sie reicht Link die Hand. Ja, das ist Linkshand. Ein bisschen corrupted mit komischer neuer Fähigkeit. Hier sieht man es auch nochmal ein bisschen. An den Anblick werden wir uns gewöhnen müssen. Hier fischen wir, und das habe ich erst nicht bemerkt, einen Reifen aus dem Schlamm. Das ist, glaube ich, auf einem großen Plateau. Neu ist das hier, so rote Grütze ist wieder. Und den Reifen können wir dann hier verwenden. In diesen Autos. Diese Lichter sehen übrigens aus wie diese komischen Eier, die man auf den fliegenden Inseln schon gesehen hat. Und hier ist das ein bisschen. Und das hier sieht aus wie diese Energiequellen aus Breath of the Wild, nur in grün. Ich frage mich viele Dinge hierbei. Also gut, zum einen Schlangenmotiv. Wir werden diese Autos, so wie es ausschaut, selber zusammenbauen können, was mich an Scrap Mechanic erinnert. Aber noch viel eher frage ich mich, wofür. Wir haben Pferde. Wir haben Türme, zu denen wir uns wahrscheinlich wieder teleportieren können. Wäre sinnvoll. Also irgendeine Art Schnellreisesystem wird dieses Spiel hoffentlich haben. Wir haben Pferde. Wir haben ein Schnellreisesystem. Wofür brauchen wir Autos? Warum existieren die? Und warum können wir die uns scheinbar selber mit so Schlamm zusammenbauen? Mit so grünem Schleim? Ja, hier sehen wir wieder grünen Schleim. Hier sehen wir wieder diesen riesigen Turm. Ein Heißluftverleum. Und das ist immer noch das wildeste Gefährt, wenn ihr mich fragt. Mit einem Planeten im Hintergrund. So könnten wir in die Wolken hochkommen, wenn die Spiralen keine Punkte sind, die uns nach oben bringen. Und besonders aufgefallen sind mir hier auch diese riesigen... Ich hab keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Sind das Stalagnate? Die random von der Erde hoch in den Himmel schießen? Ist das ein komischer Strom? Wasserstrom oder so, der uns nach oben schießt auf die Insel? Ist das etwas, was man freischaltet, wenn man oben war? Und dann lässt man da so Wasser runterplätschen oder so. Und dann kann man da mit seiner Säurerrüstung hochschwimmen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ist das überhaupt feste Materie? Ist das flüssig? Es sieht... Also, statisch ist es nicht stabil. So wie es ausschaut. Aber das heißt ja nichts in Zelda. Es sieht flüssig aus. Aber irgendwie auch... Es ist nicht durchsichtig. Also, es ist dunkel. Ich bin verwirrt. Ja, hier wie gesagt. Ich glaube, das ist die Spirale. Sieht aber auch irgendwie aus wie ein Zelt. Schließt sich das gegenseitig aus? Eigentlich nicht. Ach ja, und hier fliegt ganz casual so ein Brocken runter. So ein leuchtender. Aus irgendeinem Grund. Warum auch nicht, ne? Kann man mal machen. Hier würde mich gerade mal interessieren. Okay, das kommt aus Gernendorf. Oh, oh. Das Master-Schwert ist noch heiler, aber es ist... Es ist rot mit diesem Schleim. Greift das Zeug... Aber, Moment. Linkshand ist schon verätzt. An dieser Stelle. Greift das Zeug das Schwert an? Wahrscheinlich geht das voll auf das Schwert los. Gernendorf mag dieses Schwert nicht. Jeder weiß das. Moment. Link lässt das Schwert fallen? Dann kommt wahrscheinlich dieser Wurm angeschossen. Geht auf das Schwert los. Aber Link lässt das Schwert fallen, denn er muss... Zelda retten. Er will sie vom Fallen schützen. Ihr müsst ihm helfen. Ja. Und Zelda lässt ihre Fackel fallen. Das ist, glaube ich, ihre hier. Zu diesem Satz, den sie da sagt. Im Helfen. Moment, nochmal. Bitte. Ihr müsst ihm helfen. Das sagt Zelda. Sie sagt es... Ziemlich sicher nach dieser Szene hier. Denn ich denke, mit dieser Szene ungefähr wird das Spiel beginnen. Irgendwie sowas. Das wird wahrscheinlich der Anfang vom Spiel sein. Ziemlich am Anfang jedenfalls. Und meine Theorie ist übrigens, dass wir irgendwie hier Untergrund erkunden, Dinge passieren, Zelda fällt runter, Link wird ohnmächtig. Und so wie es sich für Zelda gehört, Link wacht auf, aber halt über den Wolken auf irgendeine Insel. Weil sich Inseln jetzt auf einmal erhoben haben. Das ist meine Theorie, wie das Spiel anfangen wird. Die Frage, wann sagt Zelda das? Sie sagt das wahrscheinlich zu diesem Wesen, dem Link vorhin die Hand gegeben hat. Ich denke, das wird unser Ally-Verbündeter in irgendeiner Form. Aber warum hören wir, dass Zelda das sagt? Sie redet so... Es klingt für mich so, als würde sie das sagen, während Link nicht anwesend ist. Dann ist die Frage, warum können wir das hören? Obwohl Link es nicht hören kann. Werden wir zumindest ein kurzes Segment haben, wo Zelda spielbar ist? Nachdem sie hier runtergefallen ist? Ich weiß es nicht. Aber hört euch die Formulierung an. Bitte, ihr müsst ihm helfen. Das klingt für mich nicht so, als würde sie das irgendwo fragen, während Link gerade nicht da ist. Ups, das war die falsche Taste. Ja gut, hier war dann jetzt eh nur noch Release Date. Amiibo wurde dann noch in der Direct vorgestellt. Man hat mittlerweile auch schon vier Screenshots gesehen, was die Amiibos im Spiel machen. Das hatte ich mich während der Direct noch gefragt. Es gibt für die Amiibos alternative Gleiter. Finde ich cool. Gleiter ist jetzt anpassbar. Ähm, ja. Und das war's mit diesem Trailer und mit meiner Analyse dazu. Ich bin auf jeden Fall beruhigt jetzt ein wenig von dem Trailer. Denn sie haben nicht einfach nur ein paar fliegende Inseln hinzugefügt. Es ist... Es sieht schon noch mehr als das aus. Und vor allem diese eine Szene... Na, wo war sie? Hier. Wenn das unterirdisch ist, dann haben wir eine Menge neues Zeug zu erkunden. Ich hoffe trotzdem noch, dass sie irgendwie, keine Ahnung, an den Küsten von Hyrule ein paar Inseln hinzugefügt haben oder so, die man erkunden kann. Einfach, dass wir einfach noch ein bisschen normale Overworld, ein bisschen mehr davon haben. Ja. Aber wenn nicht, wäre das jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich werde es möglichst Day One Let's Playen. Vielleicht sollte ich es jetzt auch mal vorbestellen so langsam. Das geht ja jetzt. Ja, ich werde es Day One spielen. Let's Playen. Erste Folge wird auch hochgeladen werden. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und... Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns in anderen Videos wieder. Tomb Raider Legend läuft zur Zeit. Kann ich euch empfehlen. Ist zusammen mit Tomb Raider Anniversary mein Lieblings Tomb Raider. Und ansonsten sehen wir uns in Zelda 2. Denn das werde ich noch vor Tears of the Kingdom Let's Playen. Oder wir sehen uns in Tears of the Kingdom. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Euer Anonymimus. Bis zum nächsten Mal. Jetzt test du deinem Lass. Und dann wird mir das.